Hallo lieber Junge. Wie geht's Dorian? Jetzt gut. Jetzt geht es mir sehr gut. Warum kommst du zu mir? Weil ich eine Freundin finden will. Deswegen bin ich gekommen und weil ich rückgeschmerzen habe. Was haben wir zusammen gemacht? Wir haben die Reihkarten. Innerweiß. Das haben wir gemacht. Für meine Eltern und meine Tochter. Für mich auch. Für mich selbst. Genau. Ganz wichtig. Und jetzt gerade haben wir das Gesicht massiert. Für den Rücken. Und Orangenduft habe ich hier verteilt. Und genau. Ja. Und wie war die Energie als du je herkommst? Wieviel Prozent hast du? 30 Prozent. Ja. Ganz wenig. Und wie bist du jetzt? Jetzt bei 100 Prozent. Schön. Wie findest du die Behandlung? Sehr schön. Sehr angenehm. Ja. Man muss sich öffnen. Das ist wichtig. Wenn man das nicht macht, dann kann man auch nichts erwarten. Aber man muss. Wenn man sich öffnet, dann kann ganz viel passieren. Ja. Und nun ist der Weg frei für eine ganz wundervolle Freundin kommen. Ja. Ja. Sie sind auch gerade da. Ja. Stimmt. Genau. Alles gut mit dir erzählt. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke schön. Und du schaffst das. Danke. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Also in beide Richtungen. Das ist super. Sehr schön. Also die Schmerzen in ein Jahr und machen wir in ein Minuten, oder? Ja. So ungefähr, ja. Toll. Also ich bin sehr stol auf dich. Super Junge. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.